Dein Handy funktioniert nicht ohne Kobalt. Du brauchst für das Akku deines Smartphones ungefähr zehn Gramm davon. Ist nicht so viel, aber entscheidend wichtig. Kobalt gibt es nicht beim Aldi, sondern im Kongo. Hier lagern zwei Drittel der Kobaltvorkommen der Erde und 90 Prozent der Akkus unserer Handys werden in China hergestellt. Die chinesischen Firmen kaufen das Kobalt dazu von kongolesischen Warlords, die damit den Bürgerkrieg finanzieren. Die Warlords arbeiten aber nicht unter Tage. Das machen oft Kinder. Nach Aussagen von Amnesty International schuften bis zu 40.000 Kinder ab sieben Jahre in primitiven, selbst gegrabenen Minentunneln. So weit, so schlecht. Was aber die wenigsten wissen? Für die Batterie eines Elektroautos braucht man 15 Kilo Kobalt. Klar, dass wir auf E-Mobilität umsteigen wollen. Unsere Stinkdiesel sollen weg. Wir wollen keine verpestete Luft atmen müssen. Also brauchen wir Kobalt, viel Kobalt. BMW hat anscheinend das Rennen gemacht und sich die entsprechende Lieferung für die nächsten zehn Jahre gesichert. Schade, dass bei dieser Erfolgsmeldung nicht gesagt wird, ob dafür auch ein fairer Preis bezahlt wird und ob Kinderarbeit ausgeschlossen bleibt. Wie so oft besteht auch hier die Gefahr, dass unsere verbesserten Lebensbedingungen auf Kosten der Menschen in ärmeren Ländern gehen. Kann man nichts machen, sagen viele. Ich brauche mein Handy und auch mein Auto. Okay, ich auch. Aber nachdenken und fragen, wie die Lieferketten laufen, das könnten wir uns schon leisten. Und so mithelfen, dass am Ende faire Preise bezahlt werden müssen. Gegen die Gedankenlosigkeit bete ich heute im Nachtgebet an. 22 Uhr, DOMRADIO.DE. Dein Weihbischof Ansgar.